so hallo und herzlich willkommen ich mache wie immer noch ja ich habe mir sein kopf oft so ich mache wie immer noch am schluss des events die gewinne abholen mit für sie uns noch mal alle gemeinsam angucken etwa platz freigeräumt die beiden sind damit ich das da einpacken kann dann gucken wir mal welche mitspieler denn alle mitgemacht haben aus der wir die stock hier star hart silver racer shibao seelenjägerin scretti sanjo ruby racer woompa loompa 5 oclef nexus unterstrichen nekome mama sandy lucy joy andere seite lolniki 2000 lisa maria 2002 light warrior keksbirne karo ivo kalender datum jürgen jetzt knicklicht jetzt schießt hexen gerätchen hayate kakami hashi ria hansi georg feierrisse felix fast gamer traut nie mir und dragon die zahnpasta dennis natter das jenny noch mal robbie was die der sein weihnachtsgeschenk noch nicht abgeholt hat okay dann sehen wir creepy kriper energy city cobra bei unikon bondi band plus an blockators atomfroos und ihr verpistung ber Posten ne das reale ich mir alle verbind super also also sich dafür sie können alsoточigen er tellement stars um erdlinge Ich mag Erdmen, so. Peppy, Peppy und Peppy. Und Peppy, Peppy, Peppy. Peppy, Peppy, Peppy. Peppy, Peppy, Peppy. Zauberer-LP. JSMZ. Blufi. Ja, Nulles. Doseflu. Tmex. Tiger. Diade. Sunabit. Und das war's. Haben wir alle durch. Hurra. Dann können wir uns unseren Preis abholen. Hurra. Das hier ist, äh, wohu, Selbsterhaltung und, Dings hier, Haltbarkeit 3, hurra, Schalkerbox, ein Zwitterwummel, ein Bugs Bunny-Hase zum Hinstellen, ein Schoko-Osterei, Let's Born, ein Fahrzeugpapiere, Ostergras, wohu, ein Osterstrauch, und ein Premium-Ei. Und dann noch das Oster-Ei. Und das waren die, äh, quasi Standardpreise und, bei, nee, der kommt auch noch zu der Schoko-Oster. So, das waren die Standardpreise und das hier sind die Sachen, die wir durch die Klickschilder haben. Soweit ich weiß. Wow, so viel Ostergras. Yay, Osterstrauch. Was haben wir noch? Ein Schoko-Oster. Das hier sind, glaube ich, jetzt die Gewinne von dieser 200er-Truhe. Hm, ne, ich die denn jetzt am besten. Ein Schoko-Oster-Ei, ein normales Oster-Ei, drei Schwämme. Woher kommen die Schwämme eigentlich? Äh, Eierschäle. Warte. Ohrenschützer. Warte, was hat denn Eierschäle? Der hat Bann 6, Haltbarkeit 6, Verbrennung 6, Plünderung 3 und Schwungkraft 6. Wow, nicht schlecht. Ohrenschützer, Schutz, Federfall, Haltbarkeit und Dornen 6. Cool. Wadenstraffer, oh Gott, Schutz, Federfall, Haltbarkeit, Dornen 6. Schutz, Federfall, Haltbarkeit, Dornen 6. Für die Bauchpolster und für die Pfotenschoner gibt es einmal Schutz, Wasserläufer, Federfall, Haltbarkeit und Dornen 6. Hurra, dann gibt es hier noch Kleingeld, okay, und ein Knopf. Warum ein Knopf? Irgendwie diese drei Sachen hier, die drei Schwämme, der Knopf und das Kleingeld machen irgendwie keinen Sinn da drinnen. Da ist nichts drin. Da auch nicht gut. Das ist irgendwie, also diese drei Sachen sind irgendwie komisch. Warum habe ich ein Knopf? Na gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Event hoffentlich wieder. Oh ja, gewisse der GV-Zo-Lervo. Wee! Wir schieben euch mal an! Wir bekommen hier auch die drei Sachen, wir stora Klicks, wir haben uns zu友ATA. Wir machen uns zu Admiral GV-Zo-Lervo. Wir machen uns jetzt ein besonderes Ein hourslum. Wir machen uns zum Beispiel wieder mit ihnengerust. Wir machen uns schon wieder weiter und STAR. Weil wir man stehen.